Was ist GamesClub? GamesClub ist ein Team, was momentan aus fünf Leuten besteht. Sunny, Moab, Lexi, Jess und RandomKing. Was macht dieses Team? Dieses Team macht Let's Play, Let's Test, Let's Play Minigame und Let's Try Out. Was das ist, guckt ihr am besten unter folgenden Seiten. www.youtube.com slash xxgamesclubxx www.facebook.com slash xxgamesclubxx oder unter www.xxgamesclubxx.de Abonniert uns und habt Spaß mit unseren Videos. Euer GamesClub-Team. Hey Leute, was geht? Sunny ist wieder hier und so. Und jetzt klaut erst mal Infos von anderen Displayern. Denn dann ist alles in Ordnung. Haha!